Er überreicht jetzt die Schärfe. Dritte Miss NLB Dritte Miss NLB Dritte Miss NLB ist die Miss NLB Taimi Taimi Jetzt noch einmal nach vorne und dann hast du den Applaus rechtlich verdient. Kommt zu uns. Die darfst du gleich aufmachen und natürlich gibt es auch noch einen Preis. So, setz dich bitte hier hin. Meine Damen und Herren, die Vize mit